When we come to sleep Ah, da seid ihr ja entlöst Lalalalala Oh, nur zwei Videos neu, Alter Machen sie ein Foto vom Geist? Äh, Räucherstäbchen? Dreckiges Wasser? Robert Thompson? Allein, alle Allein, allein Er ist wie Schein Er jagt, er jagt, er jagt Du jagst Mich gleich klauen, Junge Macht aber so Spaß Wo bist du, Bubi? Wo hast du den Knochen versteckt? Oh, Wasser wird dreckig, geil Vorne läuft Wasser, würdest du nur so läutern? Läuft Läuft Hier vorne, hier ist der Raum Und wo ist der Knochen? Hier ist Zelt Was ist der Knochen? Ah, ich habe auch einen Step gehört Äh, Jakob, mach doch mal was Spannendes Mach mal Was? Ja, mach mal was Spannendes Ich möchte, dass du auf Ich möchte, dass du auf Zuschauerbünsche eingehst Oh, er ist schon wieder weg Hat's ja nicht so Mach was Spannendes und geht Da ist der Bereich Tanzen und Surfen Wo bist du? Away killstabox Er hat wieder reingeschrieben Du hast reingeschrieben Wir haben auch Ort Was hat wieder reingeschrieben Schreib in das Buch Schreib in das Buch Schreib in das Buch Zeig dich Zeig sie Ich hab dieses Brett fotografiert Brett Bist du da? Er hat hier gesagt Hier? Schreib in das Buch Schreib in das Buch Also wir brauchen Fingerabdrücke, EMF oder Gefriertemperatur Gebt uns Fingerabdrücke Gibt uns einen Fingerabdruck Gibt uns einen Fingerabdruck Klaus Habt ihr mit dem Board schon gesprochen? Ja Ja Ne mit dem Board haben wir noch nicht gesprochen Ich hab auch die Räucherstäbchen und so hier vorne gelegt Hast du die schon benutzt? Was geht ab Geist Wo bist du? Soll ich die benutzen? Weiß ich nicht Geist wo bist du? Ja 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 kann man Ja Wo bist du Geist? Smoke it Geist Smoke it Wo bist du? Nein du musst sowas sagen Wie viele Leute hast du getötet Wie viele Leute hast du getötet? Willst du Sarah töten? Was? Oh Ne Tür wurde berührt Was ist passiert? Er war vielleicht direkt vor mir und ich hab ihn nicht fotografiert Vielleicht Ich hab ihn gar nicht gesehen Er war hier an der Ecke So ein Scheiß Zeig dich bitte nochmal Hasipupsi Also der hat auch ne ganz schöne Aktivität die ganze Zeit Geht als hoch und runter Ey die Tür nochmal Ich hab wieder ne Tür Hast du Licht angemacht? Ne er Wo bist du? Zeig dich Wie viele Leute hast du getötet? Ja Step Ja Step Schön Super Zeig dich Was? Zeig dich Zeig dich Wo bist du? Bist du? Bist du? Bist du langweilig? Kiel 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 Hand Willst du uns töten? Wie viele Leute hast du schon getötet? Wie viele Leute hast du schon getötet? Wie viele Leute hast du schon getötet? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Zeig dich? Zeig dich Zeig dich Zeig dich Angst Attack E Hast 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 Zeig dich! Okay Kai, du musst definitiv Pillen nehmen, weil du mit dem Feature Board gesprochen hast. Du bist 14. Du bist 14. Kill 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 kill! Okay, sollen wir es noch probieren oder sollen wir abhauen? Wir warten aber auf eine Sache, ne? Ja, Gin haben wir ja. Wir können abhauen, glaub ich. Ja, würd ich auch sagen. Hast du Happy ausgewählt dann? Ja. Nee, noch nicht. Was war das nochmal, das letzte? IMF. Leo. Hab ich. Login. Nur 45. Ja, war auch einfach leider.